äh nein ist da jetzt wieder schiefgelaufen? Springbok kristin zucht set ich will nur den frei lassen ich muss ja auch hier für den gold status noch ein paar sachen frei lassen für gold ja sieht ja schon mal sehr gut aus lasse elf beliebige gehege tierarten frei züchte acht neue gehege tiere unterschiedlicher arten also wir sind unmittelbar davor dass schon ganz gut hier hinzukriegen wie sie mit meinen kiraffen aus du brauchst noch ein bisschen wann seid ihr denn erwachsen vier jahre giraffe springbock also tiere kämpfen wegen korrektem geschlechtsverhalten springen bock verstehe ich jetzt nicht also ich habe doch gerade es ist doch nur ein männchen bei den springböcken noch da oder was ist wieder dieses spiel nee alles klar da haben die sich doch recht versteckt war also ihr seid alle gold status nur das ist ja schön hier du bist relativ jung 58 50 also du bist jetzt nicht so geil glaube ich schon mal den marken aber du siehst aber um längen besser aus ja es wird eine engere wahl ich merke das schon fruchtbarkeit 100 dafür ist der rest noch nicht so geil du bist ein jungtier mit dir kann ich natürlich noch nicht so richtig was anfangen aber du wärst natürlich der bessere kandidat als er hier ne 66 58 66 100 glaube ich erkenne den schon mal bei den löwen musste das gelände nochmal stimmt guter hinweis vielen dank ähm 4,1 66 66 66 166 und du hast 83 66 83 83 du bist die bessere wahl du bist die bessere wahl bis er hier kommt 66 66 83 100 also ich würde sagen hier ist die bessere wahl ne ja sondern schicke ich euch mal zum handelszentrum er ist ja noch ein kind waren das wirklich fünf ich habe schon wieder das gefühl dass ich irgendwas angeklickt habe was ich nicht hätte anklicken sondern korrekt nur zwei stück einer davon also den kleinen habe ich jetzt ins handelszentrum geschickt manchmal aber auch wirklich nur manchmal verstehe ich so was gibt es denn immer noch für schwierigkeiten nichts einmal frei von schwierigkeiten veterinär forschung wir haben drei die forschen können ist forscht aber nur einer dann forscht der technik forschung haben wir einen der forscht reicht mir persönlich auch völlig aus der macht gehege forschung reicht so jetzt aber mal zu den löffen ich würde auch mal angucken die viecher ja ihr habt natürlich noch nicht zu fressen gekriegt das kann ich nachvollziehen ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd das heißt wir könnten ja schon mal anfangen gehege nicht gepaart sondern art wie westafrikanischer löwe großen essenstablett anders könnte man das müssten ja sehen können oder wenn man das hier so hin machen dann ist hier noch was und hier noch was machen wir hier noch eine beschäftigung hin dann haben sie da auf jeden fall genug punkte und an spiel spaß spannung machen wir noch eben gelände also gelände müssen wir uns auf jeden fall massiv kümmern gras kurz können wir sogar noch größer machen wir haben das gefühle nimmt manchen Befehle gerade nicht an. Haben wir schon wieder einen Pufferüberlauf? Oder was ist hier? So. Der Rest ist soweit in Ordnung. Stabilen Rückzugsort haben sie auch. Alles klar. Bepflanzung er hat nur mit einer Sache Probleme. Und Vogelnest. Und da wissen wir ja, wo es hingehört. So. So. Dann müssen sie mal eben weg hier. Damit er auch da seine 100% kriegt's. Ich meine, das Ding steht natürlich schön scheiße. Aber auf der anderen Seite. Wir sind so kurz vor dem Sie. Weil, das bedeutet ja. Wir können die Lautstärke noch verändern, wenn er das wollt. Haltet er davon. Kein Strom. Fick doch die Hände spielen. Alter, ist das nervig. Jetzt mach diese Kack nicht mit auf. Boah, ist das nervig mit dem... Nee, du kannst hier nichts hinstellen. Ich frage mich, wie das bei diesem... Das Gerät stört, aber es muss irgendwo hingestellt werden. Also... So richtig nachvollziehen kann ich dann nämlich. Vergiss nicht, einen Riesenbogen zu machen. Hier, das ist sinnvoll, dann... Weil ich will ja... Na, wo bin ich ihn wieder hingeglitscht? Also das ist etwas echt zum Abgewöhnen. Dieses hin und her geglitsche, dieses... Ah, ist so widerlich. So, damit die Löwen auch mal was über sich lernen, weißt du? So, ich würde zum Beispiel so ein Reibebrett... Hier zum Beispiel an so einem Baum anbringen. Die meisten bauen es ja immer nur irgendwo rein. So, ich würde auch sehen können. Gut, Viech ist schon glücklich. Was soll ich machen, ne? So, und dann müssen wir eigentlich ja nur noch gucken, wo sind Leute. Warum geht das jetzt gerade runter? Und hier mal eine Spendenbox hin. Dass die hier aber nirgendwo stehen bleiben, ne? So, ich werde schon wieder mit Meldung überschüttet. Das ist alles klar. Da war dann wieder... Stromquelle versagt. Warum? Das ist doch der Hammer, oder? Jetzt mal ehrlich, das ist doch der Hammer. Da war. habe ich hier kein techniker eingestimmt oder oder hat er oder hat er irgendwie problem techniker die part löwen